ach verdammt jetzt hab ich verkackt also echt da trainiert man mal so ein bisschen die die action sequenzen wo man schnell reagieren muss ach was war das denn? das hat nicht geklappt egal auf jeden Fall kann sie Jojo spielen die ist ja richtig gut das geht ja noch besser was haben wir denn hier noch so alles? setz dich mal hin kann man da allein ich find das so lustig wie sie an dem Ding sitzt da haben wir die nächste Bonuskarte das ist doch schön so gefällt mir das machen wir doch mal den rechten Arm tipps 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 das ist alles ein bisschen abgespaced finde ich ich weiß nicht ob das bei den Amis wirklich aussieht kein Eintrag ok steht hier im Web dasselbe? nö ach sie kann langsam hoch und zu scrollen ist ja nett hm ok dann können wir das hier mal weiterlesen und zwar nehmen wir unten Kontrolle über die neu entdeckten Ölfelder in Gilgit Regionen im Norden des Landes gewinnen wollen John Ackerman der amerikanische Präsident betonte die Bedeutung einer demokratischen Regierung in Pakistan für amerikanische Sicherheitsinteressen amerikanische Truppen behalten sich an der Grenze breit und vor der Küste Pakistans sind schon seit einigen Wochen fünf Flugzeugträger stationiert Herr Ackerman verkündet er sei entschlossen keine Atomwaffen in die Hände von Fundamentalisten fallen zu lassen jetzt können wir leider nicht den Einbericht zu Ende lesen weil hier was anderes steht New Yorker Bürgermeisterwahl Donatello muss einen Anstieg der Kriminalitätsrate zu geben Der Anstieg der Verbrechensraten ist für den amtierenden Bürgermeister und sein Team im Rennen um die Beibehaltung seines Amtes zu einem ernsten Problem geworden In den letzten zwei Jahren sind die Kriminalitätsraten in New York um 15% gestiegen und haben somit einen Rekordwert innerhalb der letzten 30 Jahre erreicht Nach einer Pressekonferenz wies Marco Donatello gestern darauf hin, dass in allen Großstädten des Landes ein ähnlicher Anstieg zu überwarten ist da wiederum auf den Anstieg der sozialen Ungerechtigkeit zurückzuführen sei Trotzdem versprach der Bürgermeister, dass die Auswirkungen seiner Politik zur öffentlichen Sicherheit noch vor dem Ende seiner Amtszeit spürbar werden würden Da die Wahl nur noch drei Monate entfernt ist, werden die Wähler bald entscheiden müssen, ob Donatello oder die Politik der Sicherheitsprobleme in New York lösen Was mir dazu einfällt, ein Let's-In-Store-Fahrenheit wäre auch cool Weil ich jetzt nicht richtig wüsste, wie ich das realisieren sollte Weil die Installation auch schon richtig cool ist Da kann man ja auch schon eine Art Minispiel oder ein Quiz zu Mordfällen und mysteriösen Sachen machen Was ich ziemlich interessant finde eigentlich Aber ja, wird wohl nichts werden und wird es wahrscheinlich auch schon geben So, was haben wir denn an Mails Volume, ja Up to 60% Reduction on Volume When you order online today Receive more than 300 types of Tranquilizer Delivered to your door in less than 24 hours Wherever you live Live Live? There you go If you are stressed out by live Act now Enter www.volumeforless.cc Yeah Kein Betreff All das ist schon einmal geschehen Kirsten Was das wohl heißen soll Wo ist denn? Wie höchst Schon jetzt ist ja nicht mehr so toll Hi Tommy Hi Hi Carla Es tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe Mein Job nimmt mich in Anspruch Ich komme vorbei sobald ich kann und erzähle dir von meinen neuesten Abenteuern Ciao Tommy Ah Kirsten, genau Such doch mal Hm Da haben wir Ad acta gelegt Also tatsächlich ein Name der für einen Fall steht Ich hätte gern mehr darüber erfahren Hm Schade Ja, rufen wir doch mal Kollegen an Das ist aber nicht gesund wie sie da sitzt Kennt sie die Nummer auswendig Gibt es keine Schnellmaltaste Was ist das denn für ein Telefon Und er hat eine weiße als Freundin Ja Weißt du wie spät es ist? Ja Verdammt Bewegt dich Die Bedienung kommt heute morgen um ein Phantombild des Mörders anzufertigen Schon unterwegs Sechs Fass Unfassbar Und sie pennt aus Es ist einfach egal dass ihr Kerl zu spät kommt Das ist es doch Da haben wir Warte mal Licht an Vielleicht erleuchtet das dich Ja, jetzt können wir nur aufstehen und dann Zuteiler switchen Weil wir haben wir eigentlich alles vorbei Ich kann auch mal Mal gucken ob ich hier draußen irgendwo was finde